Im Wochenspruch für diese Woche heißt es bei Jesaja, bereite dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Hinter mir liegt ein wunderbarer Weg und ich frage mich gerade, welche Wege wir, du, ich dieses Jahr gegangen sind. Neue Wege, die wir entdeckt haben. Wege, die uns zu Dingen geführt haben, von denen wir am Anfang des Jahres noch keine Ahnung hatten. Wege, die schmerzhaft waren, die traurig waren. Wege, die uns in eine Sackgasse, in eine Einbahnstraße geführt haben. Wege der Freude, Wege des Unerwarteten und viele Wege der Wiederholung. Manchmal haben sich die Wege vielleicht so angefühlt wie ein Labyrinth. Kein Ausweg zu finden, aber irgendwo muss es doch herausgehen. Vor uns liegt ein Weg der Hoffnung, ein Weg der Zuversicht. Denn der Herr, er kommt und er kommt gewaltig. Wir müssen die Sackgasse, in der Ausweg, wenn der Herr, er kommt gewaltig. Wir müssen die Sackgasse, in der Erwege, die wir uns in der Höhe auf dem Weg stehen.